Musik Musik Unser Nussknacker spielt 1905, wo ganz große Künstler sich wirklich in Chemnitz befunden haben. Edvard Munch, Max Klinger, Henry Vandefelde. Und diese ganze Aufbruchstimmung, dieses Wünsche erfüllen, Visionen haben, das ist eine wunderbare Kraft. Ich finde, wir brauchen die heutzutage. Musik Das Nutcrack ist eine völlig neue Idee für Design. Die große Sache war, dass Sabrina es um 1905 wurde, und wir waren sehr froh, um diese Zeit zu machen, um ein Design von Jugendstil zu machen. Musik 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 Musik